Also war das voll der Moth... Nein! Okay, da geht's auch noch lang. Oh, kack! Toll. Ich kann mir schon denken, wo... warum man... da noch einen Gang hat. Oh, lol. Schwabbelei! Und kein Zuckerei! Hihihihi! Ui, Zuckerei! Ruhe! Assiste? Ah, nee. Nee, nee, nee. Ich wollte schon sagen. Ich komme daraus, wo ich hin wollte, aber... Jein! Stimmt nicht so ganz. Wollte schon gucken, was es hier gibt, aber... Ach doch, hier ist was. Ach, guck mal. Schau mal einer an. Wir haben noch eine Kammer. Nein! 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 Du bist doof, weißt du das? Also stirb bitte. Du-Kahn. Guld-Dukan. Oh, nächste Stufe Zyklon erlernt. Und hier haben wir ein... schwarzes Buch mal wieder. Gui! Ist es das Buch, oder was macht hier so Geräusche? Na gut, dann wollen wir mal. Und wieder werden wir eingesaugt in Hermann... Hermanns Reich. Oh man, ich meine mich... Was kriegst du denn so... Hermanns Reich. Sag bloß... Die Dunkelheit... Ist kalt. Ah, ich verstehe. Ey! Pass doch auf! Oh man, ich bin einfach nur durchgelaufen. Na gut, dann folgen wir einfach mal den Lichtern. Ey du! Was geht? Hey, ich bin auch im Licht. Was wollt ihr? Und wann kommt hier dieser? Die Lampe? Oh ja, jetzt hat er mich gesehen. Oh nein, ich bin tot. Nein! Das sehe ich nicht. Ich bin tot. So, den Fehler mache ich nicht noch mal. Jo, und tschüss. Jo, und tschüss. Jo, und jetzt? So, komm. Jo, und tschüss. Hey. Mein lieber Freund. Oh, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Oh ja, ich habe es mal irgendwie geschafft. Magie-Macht-Suche. Verbessert alle deine Kampffertigkeiten um 10%. Magie-Suche, Schatten-Suche. Ah, okay. Verstehe. Also dann. So, zurück nach Souls-Time. Ähm. Äh. 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 Hallo. Ich komme hier nicht mal raus, oder? Kann ich jetzt bitte raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo? 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 Ich komme hier nicht mal raus. Ich komme hier nicht mal raus. Ich komme hier nicht mal raus. Warte mal, ich habe noch ein letztes hier. Ich komme gar nicht mehr raus. Alter, das ist ja jetzt ein schlechter Scherz jetzt irgendwo. Gut, ich muss da mal die Aufnahme abbrechen, dass wir das Spiel nochmal neu starten. Mal schauen, ob das irgendwie da behoben wird. Gut, bis gleich Leute. So, an dieser Stelle erkläre ich das Skyrim Let's Play Projekt jetzt schon für beendet. Und ich bin auf ewig gefangen in Hermanns Reich. Hermann Gör... Nein. Ne, auf jeden Fall. Wenn ich das weitermachen würde, müsste ich jetzt nochmal auch einiges nochmal neu spielen. Und da habe ich jetzt in den Ektakten keinen Bock mehr drauf. Es dürfte jetzt... Naja, es ist heute sowieso der 15.04.2022, Leute. Wenn man bedenkt, dass ich es 19.11.2020 aufgenommen habe. Haha. Mhm. Da kann man sehen. Habe zu viel voraus geplant. Wer weiß, was in dieser Zeit momentan los ist. Auf jeden Fall. Mit 353 Parts ist es kein rundes Ende wie 360. Aber... Was soll ich machen? Ich hätte jetzt einfach keinen Nerv mehr, nochmal was nachzuspielen. Eigentlich war jetzt geplant, dass ich in der letzten Folge noch ein bisschen Scheiße baue, auf gut Deutsch gesagt. Einfach mal den wahren Endboss des Spiels töten. Nämlich ein Hühnchen. Na. Quatsch. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre jetzt somit beendet. Das Let's Play. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann so ist. Ob da noch andere Let's Plays da in der Zeit laufen. Oder ob das dann tatsächlich das Letzte dann ist. Let's Plays kämen dann... Ab dem Zeitpunkt dann sowieso keine neuen mehr. Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich... Äh... 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 Nein. Ich danke euch... An die wenigen, die es überhaupt gucken... Dass ihr mich so lange ertragen habt. Auf meinem Kanal werden halt weiterhin Musik hochgeladen. Das bleibt nicht aus. Aber ansonsten... Naja... Vielleicht kommt noch irgendwas anderes, aber das... Schauen wir einfach mal. Gut. Ich verabschiede mich jetzt... Endgültig hier von dem Skyrim Let's Play. Wir sehen uns... In einem anderen der anderen wieder. Oder auch nicht. Also bis... Naja... Man sieht sich. Macht's gut. Macht's gut.